Wenn du ein besseres Leben haben möchtest, musst du was dafür tun. Lass dich von deinen Fehlern nicht abschrecken. Aufgeben ist keine Option, wenn Gewinnen eine Möglichkeit ist. Je härter du arbeitest, desto mehr hast du Glück. Hör nicht auf die Gesellschaft, wenn es um deine Träume geht. Hör auf dich. Wenn du weißt, was dein Traum wert ist, wirst du keine Ausreden finden. Auf der anderen Seite von deiner Angst ist etwas Gutes. Sei die Person, die trotz Siederschlägen und Schmerz nicht aufgegeben hat. Lass dir von niemandem einreden, dass dein Traum unmöglich ist. Es ist unmöglich für die, aber nicht für dich. Du musst dir die guten Tage und harte Arbeit bedienen.